Der Prolog von Urit vom 21. Oktober Gedenken Der gottgeweihte Ilarion der Große Wie eine Rose, die unter Dornen wächst, wurde dieser große Heilige von heidischen Eltern im Dorf Tabata in der Nähe von Gaza in Palästina geboren. Seine Eltern schickten ihn zum Studium nach Alexandria, wo sich der begabte Jüngling schnell sowohl die weltliche als auch die geistliche Weisheit aneignete. Er kam zur Erkenntnis des Herrn Christos und wurde getauft. Daraufhin wollte er sich völlig dem Dienst des Herrn widmen. Mit diesem Wunsch in seinem Herzen besuchte der heilige Ilarion den heiligen Antonius in der Wüste und wurde sein Schüler. Dann kehrte er in sein Heimatland zurück und widmete sich in der Nähe von Mayuma Gaza der Askese. Dämonen versuchten, ihm auf verschiedene Weise Furcht anzujagen. Doch durch das Gebet zu Gott und das Zeichen des Kreuzes überwand er sie stets und vertrieb sie. Viele, die das geistliche Leben liebten, sammelten sich um ihn. Ilarion wurde für Palästina das, was der heilige Antonius für Ägypten war. Ein göttlicher Lehrer, strikter Asket und erstaunlicher Wundertäter. So wurde er nicht nur von den Christen, sondern auch von den Heiden bewundert. Doch dieser fürchtete das Lob der Menschen und klagte, Auf diese Weise führte er ein Wanderleben in Ägypten, Sizilien, Dalmatien und schließlich auf Zypern, wo sein Leben, das von großen asketischen Mühen erfüllt war, um das Jahr 372 endete. Er war 80 Jahre alt geworden. Die wundertätigen Reliquien des heiligen Ilarion wurden von seinem Schüler Esirios nach Palästina überführt und in dem von ihm gegründeten Kloster niedergelegt. Der heilige Ilarion, Bischof von Meglin, war ein Kind angesehener und frommer Eltern. Seine kinderlose Mutter hatte lange zu Gott gebetet, dass er ihr ein Kind gebären möge. Und auf dieses Gebeten erschien ihr die allheilige Gottesgebärin und tröstete sie mit den Worten, Sei nicht bekümmert. Du wirst einen Sohn gebären und er wird viele zum Licht der Wahrheit führen. Als Ilarion drei Jahre alt war, führte er die Hymne Heilig, 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 Herr, Gott, Sebaoth, ständig auf seinen Lippen. Er war gelehrt und wurde mit 18 Jahren zum Mönch geweiht. Er gründete ein Kloster, in dem er nach der Regel des heiligen Bachomius des Großen lebte. Im Jahre 1134 wurde er von Eftatius, dem Erzbischof, von Trnovo zum Bischof geweiht. Der heilige Ilarion führte einen großen, fast lebenslangen Kampf gegen die Bogomilen und armenischen Heretiker. Doch durch seine geistliche Bildung und beispielslose Heiligkeit beschämte er sie alle und führte viele zur Orthodoxie. Er entschlief in Frieden und nahm seine Wohnstätte im Reich seines Herrn im Jahre 1164 ein. Der heilige Philotheos wurde in Chisopolis in Makedonien geboren. Die Türken nahmen ihn, seiner Mutter, einer Witwe fort und warfen ihn und seinen Bruder ins Gefängnis. Die allheilige Gottesgebärerin rettete sie auf wundersame Weise aus dem Gefängnis und brachte sie in ein Kloster in Neapolis in Kleinasien. Später fand die Mutter ihre beiden Söhne als Mönche wieder und sie selbst wurde zur Nonne geweiht. Philotheos ging auf den Berg Athos, wo er im Kloster Dionysio und später in der Wildnis eines Ketis das Leben führte. Er war ein wundervoller Asket und großer Sieger über die dämonischen Kräfte. Er entschlief in Frieden im Alter von 84 Jahren. Er verfügte, dass man sein Leib nicht begraben, sondern in den Wald für die Vögel und wilden Tiere werfen solle. Später sahen Fischer ein großes Licht in diesem Wald. Und in einer kalten Nacht ging er dorthin, um sich zu wärmen, da er dachte, es wäre ein Feuer. Durch dieses Licht war kein Feuer, sondern es ging von den wundertätigen Reliquien des heiligen Philotheos aus. Lobesünde Der Gott geweihte Ilarion, der Große Wie ein funkelnder Komet war der heilige Ilarion. Er floh vor den Menschen, bereiste die halbe Welt. Doch solch ein Stern verbirgt sich vergeblich. Sein eigenes Licht offenbart ihn der Welt. Ilarion wünschte, dem irdischen Ruhm zu entfliehen, doch der Heilige konnte dem Ruhm nicht entkommen. Wo Gott ihn nicht erkündete, taten diese Dämonen. Im Schrecken vor dem Heiligen, der sie austrieb. Ilarion, der Wundervolle Wo er sich auch niederließ, vollbrachte er Wunder und heilte die Kranken. Er besiegte seine Schwächen und Leidenschaften. Welt der Oberer, Unterwerfer der Dämonen, Höhlenbewohner. Doch allen verkündet Vor allem floh er, doch verherrlicht ward er von allen. Der Herr verherrlicht jene, die ihn verherrlichen, und krönt tugendhafte Läufer mit Grenzen. Wenn der Wettlauf des irdischen Lebens vorüber ist, werden die Grenzen des ewigen Lebens verteilt. Der betagte Ilarion, allzeit jung im Geist, erfreut sich nun des Herrn von Angesicht zu Angesicht. Auch jetzt noch kämpfen seine Gebete für uns darum, dass der Herr in seinem Mitgefühl sich unser Erbarme. Betrachtung Das Allsehen der Auge Gottes blickt auf alle Menschen und führt auf wundersame Weise die Gläubigen zur Rettung. Was den Gläubigen zuerst als großer Verlust erscheinen mag, erweist sich im Laufe der Zeit als großer Gewinn. Das Schicksal des heiligen Philotheos und seines Bruders, die ihrer Mutter verloren gingen, ist ähnlich dem heiligen Xenophon, Gedenken am 26. Januar, Und dem des heiligen Eftachios Blasidas, seiner Frau und seiner Söhne, Gedenken am 20. September. Als der heilige Philotheos und sein Bruder im türkischen Gefängnis in Makedonien saßen, erschien ihnen die allheilige Mutter Gottes in Gestalt ihrer Mutter und sagte zu ihnen, Steht auf, meine lieben Kinder, und folgt mir. Und die jungen Männer befanden sich plötzlich in einem Kloster in der Nähe von Neapolis in Kleinasien. Als die Jünglinge dem Abt erzählten, was ihnen widerfahren war, verstand er, dass dies aus Gott war, und er nahm sie auf und machte sie zu Mönchen. Lange Zeit verging, und ihre Mutter war in bitteren Kummer. Schließlich entschied sie, in ein Frauenkloster einzutreten und sich Gott zu weihen. Die Vorsehung Gottes führte sie in die Umgebung des Klosters, in dem sich ihre Söhne befanden. Als das Kloster einmal sein Patronatsfest beging, gingen sie mit einigen anderen Nonnen dorthin. Sie sah ihre Söhne in der Kirche, erkannte sie aber nicht. Da sprach der eine Bruder den anderen mit seinem weltlichen Namen an. Die Mutter war im Herzen berührt durch diesen geliebten Namen und starrte sorgfältig in sein Gesicht. So erkannte die Mutter ihre Söhne, und sie erkannten sie, und ihre Freude war sehr groß. Und sie danken Gott mit überfließenden Herzen. Gläubige Christen dürfen nicht verzweifeln, nicht einmal beim größten Verlust. Zum Nachdenken Lasst uns nachdenken über die wunderbare Heilung des erblindeten Saulus durch Ananias, Apostelgeschichte 9. Wie Ananias Saulus seine Hände auflegte und den Namen des Herrn Jesus anrief. Wie es von Saulus Augen wie Schuppen fiel und er sehen konnte, getauft und Paulus wurde. Homilie Über das inspirierte Herz und die Zunge Meinem Herzen emströmte gute Rede, ich sage meine Werke dem König, meine Zunge ist das Rohr eines schnellen Schreibers. Psalm 44, Vers 2 Dies ist die Inspiration durch den Geist Gottes. Der Prophet möchte über Christus, den Herrn, sprechen, und sein Herz schwillt von Macht und Weisheit. Daher sagt er nicht, mein Herz wird sprechen, oder es wird gute Worte zum Ausdruck bringen, sondern es wird sich ergießen, als verströmte sich ein Teil seines Herzens wie ein Wasserschwall, eines überströmenden Flusses. Wasser strömt in den Windungen unterirdischer Kanäle dahin und wenn es als Quelle hervordringt, ergießt es sich in starkem Schwall. Solche Art ist des Propheten Herz, wenn er sich anschickt, über Christus zu sprechen. Solche Art ist die Macht der Gnade, die im Herzen des Menschen eingeschlossen ist. Wenn sie sich nicht in machtvollen Worten oder in wunderbaren Werken erweist, leuchtet sie im Inneren des Menschen und wirkt dort Wunder. Wenn sie heraustritt, wird die Zunge des Propheten wie ein Federkiel, wie der Stiel eines schnellen Schreibers. Hier sehen wir einen Menschen, der nicht darum kämpft, seine Gedanken zu formulieren und sie in Worte zu fassen, sondern einen, in dem die Gnade selbst mit Gedanken und bereits vorbereiteten Worten auf seine Zunge fließt. Woher kommt diese große Macht in einen Menschen? Von Gott, dem Heiligen Geist. Weshalb solche Macht? Der Prophet trachtet danach, zum König über den König selbst zu sprechen. Ich sage meine Werke dem König. Handlung und Wort sind hier identisch. Wie dies so häufig in der Heiligen Schrift geschieht. Wo der Geist spricht, dort handelt er auch. Und wo er handelt, dort spricht er. Sprache zeigt sich am klarsten im Handeln. Der Prophet nimmt von Christus dem Gott und gibt Christus dem König. Er spricht mit einer brennenden Liebe für den Erlöser der Welt, spricht aus einem Herzen, das entflammt ist mit der Begeisterung der göttlichen Liebe. Von weit entfernten Zeiten sieht er den inkarnierten Sohn Gottes und sein Herz tanzt vor Freude, wie ein nächtlicher Reisender, der eine wunderschöne Morgendämmerung im Osten sieht. O Herr und König, heiliger Geist, vermehre deine heilige und mächtige Gnade in uns, damit wir gereinigt werden von unseren Sünden und würdig des reiches Gottes. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amin.